Moin Moin, hier ist mal wieder Bernhard aus Flensburg, ich grüße euch, wie ihr seht geht es weiter mit Gaben des Kaukasus, Teil 16 und wie ihr seht funktionieren die Schranken einwandfrei. Den finde ich auch toll. Hier vorne ist der weiße, ist mein Kühler LKW, der rote hier ist für Beton, der andere hier weiß ich jetzt gar nicht was er fährt. Hier ist mein Karzoffel LKW, da muss ich noch ein bisschen vorfahren, damit ich das laden kann, dann gibt es auch Geld. Hier mit diesem LKW weiß ich noch nicht, weil der lädt hier keine Konserven auf, der lädt kein Bier. Da muss ich mal gucken, was der überhaupt laden tut. Was ich noch mal probieren könnte, in irgendeiner Folge mal mit Sonnenblumenöl in Kartons drauf, Paletten, ob das funktioniert. Ist auch schon schön animiert. Machen wir mal rückwärts ranfahren, ob das dann funktioniert, aber... Ist nicht, aber der ist ja bei den Mods mit drin gewesen, also... Keine Ahnung, was da für was der ist. Aber das werden wir auch schon noch rauskriegen. Und da werde ich auch mal Dings hier, natürlich ein LKW mal suchen. Der wird wohl dabei sein, der kann hier irgendwie ein Russischer sein, der hier die Konserven und auch mein Bier lädt und dann auch zum Einkaufsmarkt hinbringt. Aber das kostet ja auch, äh, da kriegt man ja auch Geld für. Na ja, schaut euch das Video an. Ich sage tschau tschau. Erstmal euer Bernd aus Flensburg. Bis zur nächsten Folge. Einmal reden. Ich sage tschau. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020